Hallo, mein Name ist Mario Burgert, ich bin Bestsellerautor und ich gehöre einer Berufsgruppe an, die auch gerne als exzentrisch bezeichnet wird. Ich bin Werbetexter. Genauer gesagt bin ich darauf spezialisiert, vorausgedachte, also vorausgeplante Verkaufsgespräche schriftlich zu fixieren und auf dem Postweg oder im Internet zu versenden. Ein solcher Werbetext ersetzt das Gespräch beim Kunden vor Ort und mit der Unterstützung des Internets kann ein solcher Werbetext sogar eine Reichweite zu potenziellen Käufern, zu potenziellen Kunden erzeugen, wie das noch nicht einmal eine Armada an Verkäufern tun könnte. Wie ein solcher Werbetext aufgebaut wird, das habe ich in meinem 2014 veröffentlichten E-Book Werbetexte, die sofort verkaufen, Schritt für Schritt erklärt. Es hielt sich bei Veröffentlichung sechs Wochen lang bei Amazon auf Platz 1 der Bestsellerliste in den Sparten Direktmarketing und Verkauf. Ja, das ist natürlich nicht alles nur mein Verdienst, sondern kommt vor allen Dingen auch dadurch zustande, dass die Menschen sich für diese Lektüre interessiert haben, dass die Menschen das gekauft haben, dass ich entsprechendes Feedback dafür bekommen habe und als Dankeschön an die Community dafür habe ich eine streng limitierte Auflage dieses Bestsellers, Werbetexte sofort verkaufen, als Taschenbuch aufgelegt. Die Druckauflage von dem Buch, eine Ausgabe davon, möchte ich dir schenken. Wenn du es haben willst, bitte klick dann unterhalb dieses Videos auf den Button oder besuch den Link, den du hier im Video eingeblendet siehst. Du gelangst auf eine Anmeldeseite, dort kannst du dich mit deinem Vornamen und deiner E-Mail-Adresse anmelden. So kann ich dich darüber informieren, wenn die Kampagne startet, denn die ist offiziell noch nicht gestartet. Das ist also hier eine Warteliste. Das hat insofern den Vorteil, diese Warteliste werde ich natürlich als allererstes informieren, bevor meine große Kampagne im Internet startet. Somit gehörst du dann zu einer der ersten, die davon erfahren und die Chance, eines dieser, wie gesagt, die Auflage ist streng limitiert, dieser Bücher zu bekommen, die ist natürlich dann sehr hoch. Klicke jetzt unterhalb des Videos, um auf die Anmeldeseite zu gelangen. Melde dich mit deinem Vornamen und deiner E-Mail-Adresse an und schon bist du auf der Warteliste und wirst informiert, wenn es losgeht. Aktuell kannst du das Buch schon bei Amazon kaufen. Die Tochterfirma, mit der ich dieses Buch erstellt habe, nennt sich CreateSpace, eine Tochterfirma von Amazon. Und die haben mir einen Preis vorgeschlagen, den ich auch so übernommen habe, für dieses Buch in Höhe von 28,69 Euro. Fachliteratur. Den Preis habe ich so übernommen. Und du kannst es kostenlos bekommen. Das Einzige, was ich mir von dir wünsche, ist Hilfe bei den Verpackungs- und Versandkosten. Wenn du es so haben willst, klicke jetzt bitte unterhalb des Videos auf den Button oder hier der Link, der eingeblendet ist im Video. Ich freue mich darauf, dass es bald losgeht. Bis dahin. Bye, bye.